Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitsch und Henning Fritz und wir wollen heute mal den 13. Spieltag resümieren, ein bisschen drüber sprechen, Zeitsch. Revue passieren lassen. Revue passieren. Das ist natürlich sehr schön formulieren. Ja, was hat man für Spiele? Leipzig-Stuttgart war ziemlich torreich, 36-30, mit einem herausragenden Dominik Ebner. Also es zeigt sich immer wieder, dass die Torhüter, du weißt das ja auch, die besonders wichtig sind. Nein, aber ich denke mal, dass es immer mehr zu tragen kommt, dass du ein gutes Torhüter gespannt hast. Ja, ich glaube auch, dass wir, das hat man eigentlich aus meiner Sicht immer, in all den Jahren, aber ich glaube, die Spiele natürlich aufgrund des Tempospiels sind ja noch mehr, immer mehr Angriffe und mehr Chancen. Ja, wie soll man das sagen, Wurfchancen, glaube ich, treten die Torhüter immer mehr in den Mittelpunkt. Ja, also ich glaube, es gibt auch kein Team, wo wir jetzt sagen müssen, dass die Torhüter groß abfallen. Wir haben ja Eisenach später noch, wo die Torhüter auch gut halten. Also deswegen, glaube ich, stehen die Torhüter in unserer Sportart immer mehr im Mittelpunkt. Ja. Leipzig-Stuttgart, wisst ihr da noch irgendwas? Ja, ich habe Max Hefner gesehen, wie er sich verletzt hat und habe erst mal einen Herzrasen bekommen und hoffe, dass er wieder fit ist und dass er, glaube ich, kam dann auch wieder rein und dann wieder weiterspielen können. Also hat er wie immer simuliert, also Max, ja, nicht so viel simulieren, sondern Gas geben. Ja, in dem Spiel waren anscheinend ja die Linkshänder hier so herausragend. Vorausragend, Franz Semper, Viggo Christiansson und Kai Hefner auf Stuttgarter Seite waren hier sehr erfolgreich mit jeweils acht Treffern dort. Ja, also das sind ja, also dass Kai Hefner ein guter Spieler ist, das weiß man ja, also das hat man ja auch die letzten Jahre gesehen. Und Viggo Christiansson mit seinen No-Looks-Passes habe ich ja jetzt auch schon ein paar häufiger gesehen. Also ich glaube, das ist auch ein Synonym für ihn, dass er das gerne macht. Für Franz Semper ist auch eine gute Entscheidung gewesen, nach Leipzig wieder zu gehen. Ich glaube, dass er hier auch einfach wieder die Rolle spielt, die zu ihm passt. In Flensburg war er ja viel verletzt. Ja, das hat man nicht beachtet, er konnte gar kein Dänisch, er wusste gar nicht was. Meinst du, das waren die Sprachprobleme? Das war ein Sprachproblem, wo man nicht so zum Zuge kam. Okay, vielleicht haben sie ihn auch, ja, mit dem Dialekt dann nicht so richtig verstanden, wie auch immer. Aber ja, Stuttgart bleibt im Keller weiter hängen. Leipzig, finde ich, hat sich gut entwickelt, weil die standen ja zu Saisonbeginn ziemlich weit unten, stehen jetzt hier auf einem einstelligen Tabellenplatz. Also haben sie sich... Ja, aber es ist ja sehr eng, alles zusammengerückt da. Also das kann ja mit einem Sieg in einer Niederlage bis zur Ganzstelle wieder unten drin. Ja, wäre okay. Nächstes Spiel, Lemko, Bergische HC, 31, 28. Ich glaube, Bergische, einfach nicht in der Kontinuität. Wir merken immer wieder, also das Leistungsniveau ist sehr eng, aber wenn es dir halt nicht gelingt, ja, diese... Und da würde ich fast sagen, es ist dann doch eher der Angriff. Wenn du halt zu viele Bälle wegschmeißt oder im Abschluss nicht die Konsequenz hast, dann hast du halt keine Chance. Die Tagesform abhängt. Beiseite müssen wir jetzt hier... Die Tagesform? Die Tagesform war da abhängig. Nein, aber es ist ziemlich eng da unten und da kann jeder jeden schlagen oder Mike Meinkern kann jeder jeden schlagen. Aber da hängt es auch ein bisschen mit der Tagesform ab, ob jemand einen guten Tag hat. Ja, und Florian Kermann hat ja hier auch gesagt, haben das Spiel in der Abwehr gewonnen. Ich meine, das wissen wir auch. Es ist einfach wichtig, eine stabile Abwehr zu spielen, weil dann kannst du es dir halt auch mal erlauben, den einen oder anderen Ball vorne wegzuschmeißen, ob im technischen Fehler oder im Abschluss. Wenn dann aber beides nicht funktioniert, dann reicht es halt in der Bundesliga nicht aus. Wird schwierig. Wird schwierig. Göppingen, Hannover. 32, 25. Göppingen, ja, hatte ich zu kämpfen. In diesem Jahr, klar, auf der einen Seite verletzungsbedingt sind hier, glaube ich, einige Spieler ausgefallen, sind jetzt aber wieder zurück mit Heilmann vor allen Dingen, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist, gerade was die Abwehr angeht. Haben hier einen ganz wichtigen Sieg gegen Hannover eingefahren und bleiben aber trotzdem Drittletzter. Ich glaube, Hannover hat noch den Sieg gegen Kiel gefeiert und die wussten nicht, dass es gleich drei Tage später weitergeht. Ja, auch da, also ich, du siehst immer wieder, welche Qualität manche Mannschaften haben. Hannover hat ja für einige Überraschungen gesorgt, wir haben knapp verloren in Berlin, aber es ist halt wirklich die große Kunst, diese Kontinuität, jeden Tag wieder diese Leistung abzurufen, um dann sich in der Tabelle halt entsprechend auch nach oben zu bewegen. Ja, ich glaube, gegen Kiel waren sie auch ein bisschen befreit und deswegen konnten sie so aufspielen, aber es ist halt schwierig. Du musst halt alle drei Tage deine Form abrufen und musst quasi die Qualität haben über die ganze Saison und nicht nur für ein oder zwei Spieltage. Ja, da kommen wir später noch zu, zu Kiel, wenn du selber mit dir auch ein bisschen zu tun hast und nicht dieses Selbstverständnis hast und alle sehen natürlich, ja, gegen Kiel nicht zu verlieren, ja, dann lässt es sich immer befreit aufspielen, also wenn man in der Verantwortung steht, gewinnen zu müssen. Richtig. Hamburg-Erlangen, 31-23, relativ klarer Sieg, obwohl zu Anfang die Erlanger das Spiel eigentlich offen gehalten haben und beziehungsweise geführt haben. Erlangen eigentlich auch eine Mannschaft, wo wir uns ein bisschen mehr erhoffen, weil da ist, glaube ich, großes Potenzialumfeld da, was die Mannschaft ihr ermöglichen würde, dass sie weiter oben spielen, kriegen es in der Kontinuität auch nicht hin. Ja, stimmt. Also die sind auch so eine Fahrstuhlmannschaft, da geht es hoch und runter und dann gewinnen sie wieder ein wichtiges Spiel und dann verlieren sie dann wieder gegen Hamburg, die momentan, finde ich, auch nicht so gut sind wie die letzten Jahre. Also die sind auch so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft, wo man sagen kann, okay, die sind nicht so konstant, dass man da fünf Euro drauf tippen kann, dass sie gewinnen. Aber wovon machst du das abhängig? Ist es dann die Frage, die Breite des Kaders oder verletzungsbedingt, dass einfach Führungsspieler dann ausfallen und deswegen eine Variabilität in der Leistung drin ist? Ich denke, dass die Lockerheit der letzten Jahre fehlt. Also die waren immer sehr locker drauf und, ja gut, dann die Bayerns jetzt verletzen mit Mittelanbruch, das dauert auch ein bisschen und das ist natürlich der Kopf der Mannschaft und dann wird es natürlich auch schwierig. Und Jogi Peter wird auch nicht jünger. Ich dachte eigentlich, dass die Torhüter immer stabil im Alter bleiben, aber wenn du das so ansprichst. Hast du jetzt wahrscheinlich recht, apropos Torhüter, Kevin Möller, herausragender Akteur im Spiel Flensburg gegen Löwen. Die Flensburger gewinnt zu Hause 33, 25 gegen die Löwen und Kevin Möller mit herausragender Leistung. Ja, 17 Paraden, erste Halbzeit. Ja, also das ist, das ist eigentlich da außergewöhnlich. Auf der anderen Seite jetzt wieder kannst du dann sagen, ey, wenn du so viel Chancen, und ich glaube, die Löwen haben einfach sicher auch gute Chancen erarbeitet, haben aber viele freie Bälle liegen lassen, ob von den Außenpositionen, also egal von welcher Position, frei durch, dann wird es natürlich schwer, bei einem Mitkonkurrenten, sage ich mal, dann auch Punkte mitnehmen zu können. Na ja, ich glaube, die Flensburger haben sich sehr gut eingestellt, haben die Mitte quasi zugemacht, dass Juri Knorr und auch Kohlbacher nicht die Bälle bekommen, ja, und haben gesagt, okay, lassen wir erstmal die Außen werfen. Kreuzke verletzt, Genseimer verletzt, da sind nur noch zwei Junge. Außen da, da ist natürlich schwer in Flensburg da zu performen, ja, und, ja, ich glaube, Juri hat sein Assis-Tor in der 45. Minute gemacht, als er werfen musste, als Teilspiel angezeigt war, das zeigt, dass, also, die haben das perfekt quasi ausgenutzt, dass die zwei Außen gefehlt haben und haben die Mitte zugeschoben und dann ist natürlich auch ein Torhüter, der, ja, der wollte diese Bälle auf jeden Fall auf Außen bekommen, ne. Ja, ja, genau, das war so geplant. Gottfried so einem Angriff bei den Flensburgern, wieder, ja, tragende Figuren, ne, er hat ja einfach diese Ruhe, diese Übersicht ist selber torgefährlich und bringt seine Mitspieler natürlich immer perfekt in Szene, ja. Gut, Kai ist momentan, war gestern nicht so gut drauf, Kai, bitte, werf einfach aufs Tor. Nein, also, ich weiß noch nicht, der hat so ein bisschen mitgespielt, aber so richtig, ich weiß nicht, ob er jetzt angeschlagen ist oder krank war, aber so richtig aufs Tor ist er, ist er, so wie wir ihn kennen, nicht gegangen gestern. Oder vielleicht muss das auch gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht auf Löwenseite noch Kirkelöke, der ja nach Flensburg wechselt. Wie siehst du seine Leistung? Also ich fand, in der Anfangszeit bei den Löwen wirkte er etwas gehemmt. Wirkte er eh so ein bisschen, ja, er ist jetzt von der Emotion vielleicht nicht der ganz so emotionale Spieler, eher so ein bisschen der Ruhige, kann ich gar nicht verstehen. Aber er wirkt im Moment, ich weiß nicht, ob das davon abhängig war, dass feststeht, dass er nach Flensburg geht, er wirkt befreit. Ich finde, die Würfe kommen mit einem ganz anderen Tempo aufs Tor. Er wirkt irgendwie befreiter, wie siehst du das? Ja, ich glaube, der wolle den Flensburger mal zeigen, dass es sich doch gelohnt hat, ihn zu wirklich... Ja, auch in den Spielen vorfinden, ich war auch gut. Er hat schon sehr gut gespielt, ja klar. Es konzentriert sich jetzt alles auf Juri Knorr und Kohl Bacher, da ist natürlich ein bisschen mehr Platz. Und das war, ich glaube, das ist auch das Spiel der Löwen, das war ja auch schon mit Mürholz und mit Schmidt, dass die viel mit Mitte Kreis zusammengespielt hatten. Ja, bei Andi wusste man es mit Mürholz und dann auch später, aber gelöst hat man es selten bekommen. Also ich weiß, du wusstest, dass die Pässe kommen, aber... Da waren, da ist halt auch dann Krötzki und Gensheimer, ja. Da konntest du dann auch nicht, als Außen nicht so viel helfen im Halben, ja. Also da war dann doch schon, ja, musste jeder quasi seinen eigenen Spieler haben und konnte nicht so viel aushelfen. Die Melsunger, finde ich, tun sich weiterhin schwer. Melsung gegen Baling, 26-24, mit einem sehr starken Adam Morawski im Tor mit 15 Paraden. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also die Balinger waren bis zum Ende dran, ja. Hatten, glaube ich, auch mal die Chance zum Ausgleich, aber waren einfach zu abgezockt, die Melsunger. Und ich glaube, die erste Halbzeit war noch ein bisschen, war Melsunger noch ein bisschen dominanter, aber dann kamen sie wieder ran, zweite Halbzeit, die Balinger. Aber so richtig gezündet haben sie dann nicht und ja, ist schade. Momentan letzter Tabellenplatz. Ja, aber die Leichtigkeit bei Melsung zu Anfang der Saison hatten, die fehlt ihnen im Moment auch. Da waren einige Situationen, wo sie wieder verkrampft wirken und ins Eins-gegen-Eins gehen. Anstatt, ich sage mal, dieses gebundene Spiel, das irgendwo begonnen wird und dann einfach Bewegung gemacht wird. Ich meine, das Potenzial, die Qualität ist ja da. Ja, aber wenn sie dann ins Eins-gegen-Eins verfallen, dann ist natürlich das ein gefundenes Fressen wie eine Balinger Abwehr. Ja, aber das ist ja auch dieses Gewinnen müssen. Also mittlerweile müssen sie ja gewinnen, ja. Also es ist ja nicht mehr so, dass sie auch mal verlieren können, sondern jetzt erwarten, glaube ich, die Fans und auch ganz Deutschland, dass sie solche Spiele gegen Balingen locker gewinnen. Ja, aber ich sage mal so, mit dieser Erwartungshaltung müssen sie natürlich auch umgehen können, weil wenn sie sich messen wollen mit Kiel und Flensburg, wir hatten es angesprochen gehabt, Kontinuität in den Leistungen, dann müssen sie natürlich auch mit dieser Erwartungshaltung, die sie ja auch an sich haben sollten, weil sie wollen ja oben angreifen, dann müssen sie damit auch umgehen. Also wichtig ist klar, jetzt hier solche Spiele zu gewinnen, aber ja, am Ende muss man sagen, munter putzen, weiter geht's. Kiel hat ja auch nicht jedes Spiel mit 20 Toren gewonnen. Nein, 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 das muss ich ja nicht sagen. Ich will nur sagen, diese Leichtigkeit fehlt im Moment den Melsungen einfach. Aber wichtig ist, dass sie die Spiele gewinnen. Aber ich fand es gut, dass man Rosti gespielt hat, dass Zimic mal eine Pause bekommen hat, dass beide Torhüter so abwechseln. Magdeburg-Eisenach, 38-31. Also die Magdeburger, nachdem sie jetzt hier das dritte Mal, dann haben sie die Klub-Weltmeisterschaft, oder wie heißt das, Weltmeisterschaft für Klubmannschaften, irgendwie sowas? Ja, wie heißt der englische Begriff eigentlich? Vereinsweltmeister. Okay, wenn du das sagst. Das dritte Mal hintereinander, also nochmal herzlichen Glückwunsch an die Magdeburger, das dritte Mal hintereinander. Ja, spielen befreit auf. Also da merkt man wirklich die Qualität, die Spielfreude, das Gewinnenwollen, relativ deutlich gegen die Eisenacher. Trotzdem auch Kompliment an die Eisenacher, weil ich finde, die haben sich hier redlich geschlagen, haben gut gespielt, haben gut mitgespielt. Aber der Qualitätsunterschied bei den Magdeburgern war dann doch am Ende zu sehen. Ja, vor allem erste Halbzeit war schon deutlich für Magdeburg. Haben dann auch die Abwehr umgestellt von der 4-2. Also ich glaube, Bennett hat die sehr gut eingestellt. Auch dieses, es ist halt natürlich schwierig, gegen Magdeburg im 1-1 zu gewinnen. Und dann sind sie zurück auf eine 6-0-Deckung und haben das eigentlich besser gemacht. Und ich glaube, zweite Halbzeit kamen dann auch die ersten Torhüterparaden von Eisenach. Und haben es dann noch im Rahmen gehalten. Das Ergebnis. Aber klar, wir werden es später ansprechen. Es ist natürlich nicht einfach, wenn man aus Saudi-Arabien da ein paar Spiele hat und dann es verkreist. Also da ist man schon müde. Und das ist schon wichtig, dass man dann auch in solchen Spielen performt und zeigt, dass man zu Recht da ganz oben steht. Wir wissen ja selber, das sagen ja auch alle Mannschaften immer wieder, dass der größte Stress eigentlich immer der Reisestress ist. Wenn du dann Flughafen, langen Flug hast und so weiter. Auch wenn dich das natürlich dieser Sieg beflügelt, gar keine Frage. Kostet das Energie. Und die Magdeburger darüber hinaus aufgrund der Niederlage, wo wir jetzt hinkommen, von Berlin. Neuer Tabellenführer. Und Berlin hat in Kiel gespielt. Die Kieler haben gewonnen. 30-26. Ich finde, man hat absolut gesehen. Also wir wissen, jede Mannschaft möchte immer gewinnen. Wir wissen natürlich auch, dass der THW immer gewinnen möchte. Und das war ein absoluter Arbeitssieg und deswegen auch großer Respekt an die Leistung vom THW. Weil die Berliner wussten natürlich auch, worum es geht. Haben sich hier sehr gut geschlagen. Haben aus meiner Sicht mit einem überragenden Milo Savljev. Wie heißt der? Berliner Torwart. Ja, der wieder mit überragender Leistung gespielt hat. Aber man hat gesehen, ich finde, dass die Kieler mit einer herausragenden Abwehr und auch mit einer guten Torwartleistung das Spiel mit einer moralischen Kraft, wenn man das so formulieren möchte, absolut gewonnen haben. Ja, unter der Woche haben sie ja gegen Arlburg zu Hause verloren. Und ich glaube, Niklas Landin, den wollen sie so schnell nicht mehr in Kiel sehen. Unglaublich. Also ich meine, es gibt ja immer, wie soll man das sagen, dass man eine Position in Kategorien einteilt. Und dann gibt es nationale Klasse, internationale Klasse, Weltklasse. Und man muss einfach sagen, über die Jahre, Niklas Landin hat ja nochmal eine eigene Klasse aufgebaut. Also unglaublich, was für eine Leistung er hier wieder abgerufen hat. In welcher Kontinuität, in welcher Souveränität. Also sehr beeindruckend. Und ich denke mal, hattest du einen Torwart, gegen den du dich immer schwer getan hast, wo du sagst, ey, ich wollte unbedingt und dann habe ich mir Gedanken gemacht, aber ich habe mit dem immer Probleme gehabt. Stimmt, aber ich kann mich nicht mehr in den Namen hören. Kannst du oder willst du nicht? Nein, also ich kann jetzt nicht sagen. Sturzic? Nein. Nicht? Ich habe ja, glaube ich, ein halbes Jahr mit ihm zusammengespielt. Okay. Aber nicht so, ich glaube, so lange hat er danach gar nicht mehr gespielt. Ja, okay. Matthias Andersson in Lensburg. Na, egal. Na gut. Also er auf jeden Fall überragend, aber Dummei Goy, Duvniak kann man auch nochmal sagen, überragend in der Abwehr und auch im Angriff. Also er hat das Spiel wieder an sich gerissen und hat jetzt seine Qualität gezeigt. Der Siegeswille, was für mich auffällig war, dass sie nach jeder gelungenen Aktion, vor allen Dingen auch in der Abwehr, die Arme nach oben gestreckt haben, weil man weiß, dass das natürlich mit dem Gegner auch immer ein bisschen was macht. Also man hat, glaube ich, in der ersten Minute schon gesehen, dass wenn Patrick könnte, hätte da einen aufgefressen von den Berlinern. Also der ist wieder da drangegangen ist und ich glaube, die ersten zwei Minuten Strafe von Duvniak, wo er ihn dann noch im Gesicht trifft gleich. Aber du hast gesehen, dass die wirklich richtig heiß waren. Und ich habe selten die Bank von den Kielern aufspringen sehen nach jeder gelungenen Aktion und auch, um die Fans noch mitzureisen. Und ich glaube, Duvniak und auch Winschek haben die Zuschauer immer gepusht noch und haben sehr aufgefordert, noch lauter zu sein. Und vor allem Duvniak hat es, glaube ich, sehr gut gemacht mit seinen neun Toren. Also da sieht man, dass man auch im Alter noch Tore werfen kann. Jetzt macht ja auch die Liga weiterhin spannend. Wie gesagt, Berlin bisher hier sehr, sehr gut gespielt, aber der Sieg der Kieler geht absolut in Ordnung. Und die Bundesliga bleibt damit weiterhin offen. Ja, aber ich finde, dass die Berliner auch so ein bisschen wöde gewirkt haben. Also ich fand die nicht so spritzig wie die Spiele davor. Also normalerweise ist ja Berlin dafür bekannt als den schnellen Ballspieler. Aber man hat gesehen, dass die Kieler immer zurück in die Abwehr gekommen sind. Und dann wurde es natürlich schwer, da einfache Tore zu machen. Und natürlich hat Lichtlein versucht und auch Gitzel versucht, da Tore zu machen. Aber das war fast kein Durchkommen. Ja, es ist immer schwer nachzuvollziehen, woran das liegt. Am Ende kann die Situation einen vielleicht trotzdem beeindrucken. Die Atmosphäre in der Halle, das zu sehen, wie der Gegner im Endeffekt sich präsentiert, auch von sich überzeugt ist. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten, die einen selber stärken oder schwächen dann in so einer Situation. Und ja, der THW hat es an dem Tag einfach vielleicht erzwingend wollen. Weil spielerisch, klar, da ist Berlin schon sehr, sehr stark. Und der THW tut sich da vielleicht schwer. Aber in diesem Spiel haben sie das einfach diesen Sieg erzwungen, finde ich, über Leidenschaft, in der Abwehr und, und, und. Weil das kann man immer an den Tag legen. Das hat nichts groß mit Talente oder Fähigkeiten zu tun. Das findet einfach im Kopf statt. Und das war aus meiner Sicht für den THW natürlich ein Befreiungsschlag. Jetzt, glaube ich, merkt man so langsam, dass halt Paul Trucks und Fabi Wiede fehlen, dass sie da wenig Wechselmöglichkeiten haben. Und dadurch, dass sie halt auch in Saudi-Arabien waren, also Müdigkeit ist schon klar. Das sieht man. Und jetzt spielen sie, glaube ich, Dienstag spielen sie es schon wieder. Also das ist, jetzt wird es richtig eng. Und ich glaube auch, dass Berlin bis Weihnachten noch ein Spiel verlieren wird. Gebe ich dir vollkommen recht. Da war es der Unterschied, glaube ich, zu den Magdeburgern, dass sie in der Breite ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Die können ein bisschen mehr rotieren. Okay. Dann haben wir eigentlich die Spiele der Bundesliga Revue passieren lassen. Da bleibt weiterhin spannend. Ein weiteres Projekt, was wir vielleicht präsentieren wollen, ist ein Buchprojekt, wo wir beide mit involviert sind und eine Geschichte jeweils von uns erzählen konnten. Und zwar geht es um das Buch Bock auf Handball von Daniel Durr. Hier. Das ist ein Lebenswerk reinschreiben lassen. Ein Lebenswerk, nee. Das war ja eine Phase in meiner Karriere, in der es halt nicht so gut lief und ich entsprechend nach Lösungsmöglichkeiten gesucht habe. Aber es sind noch einige Geschichten von anderen Kollegen von uns. Silvio Heinevetter hat hier ein ganz interessantes Erlebnis von einem Trainingslager, geschildert Land. Auf Island, ja genau. Bob Hanning spricht hier von einem ganz besonderen Jahrgang. Soweit ich mich erinnere, redet er hier nicht von Wein, sondern von einer Jugendnationalmannschaft, glaube ich, mit der er hier sehr erfolgreich war. Henning, ich habe nur deine Geschichte gelesen. Hättest du mich doch mal angerufen, wäre mir ein Trinken gekauft. Alkohol? Nein, Alkohol ist auch keine Lösung. Oder so ähnlich. Nein, aber es sind ein paar schöne Geschichten drin, wie Patrick Winschek seine Frau kennengelernt hat auf dem Kölner Karneval. Auf Kölner Karneval? Nein, ich glaube, sie war mit der Beiderin in der Geschäftsstelle in Gummarsparanada, sie da kennengelernt. Hast du es noch nicht durchgelesen, das Buch? Ich habe mir noch nicht alle Bereiche durchgelesen. Ich habe natürlich deinen durchgelesen. Ja, dumm. Einfach nur dumm. Also immer wieder spannend, in diese Richtung zu gehen, weil du hast natürlich, wenn du mit dem Sport unterwegs bist, international bist du immer mal an irgendeiner Grenze hier und da. Aber wenn du dann in den Ostblock kommst, dann wird das Ganze schon immer ein bisschen spannender. Da gibt es andere Gesetze. Bitte? Da gibt es andere Gesetze, genau. Und da wird halt nicht so schnell gelächelt, sondern da steht man eher stramm. Ich meine, ich kenne es ja, ich komme nur aus dem Osten und da hatte man gegenüber solchen Institutionen halt einen anderen Respekt. Und wenn man da wieder so zurückkommt, dann steht man eher stramm. Ich habe ja auch einige Geschichten noch zu erzählen von Vesprömen mit der SEA League, wo wir da durch die Einzelländer mit dem Bus gereist sind. Wenn du da durch Serbien fährst und plötzlich kommt ein Polizeiwagen und weil Momir Ilic bekannt ist, wird er dann vorbeigefahren. Ich musste dann in den Stau fahren. Also da gibt es schon einige Geschichten, was im Ostblock möglich ist alles. Ostblock hat Bennett Wiegert auch eine Geschichte, die Geschichte von Chelyabinsk erzählt er. Also ich glaube, jeder kann ja, findet was von seinem Lieblingsspieler, wie auch immer. David Späth finde ich ein schönes Wortspiel, besser Späth als nie. Ja, also mit Sicherheit interessant für jeden Handballkenner, Liebhaber. Deswegen von uns eine Empfehlung. Kauft es euch, guckt gerne rein. Ich glaube, momentan nur vorbestellbar bei Amazon, aber ich glaube, ab dem 27. ist es erhältlich. Emily Bülk habe ich auch durchgelesen. Und? Ja, Champions League Finale, wie sie das letzte Tor gemacht hat. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte, kann man sich mal anhören. Kann man sich mal anhören. Also viel Spaß beim Lesen beim Buch Bock auf Handball von Daniel Durr. Und genau, jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wen wir als nächsten Gast haben. Na, da schlottern einige ehemaligen Handball-Nationalspieler die Knie schon. Wenn der mal auspackt. Wenn der mal auspackt. Genau. 29 Jahre für den DAB aktiv gewesen. Ich möchte bewusst nicht gespielt sagen, sondern aktiv gewesen. War bei fünf Olympiaden. Hat eine interessante Bartfrisur. War aber kein Trainer. War aber kein Trainer. Genau. Begleitet uns immer noch bei den Benefizspielen. Und wir reden hier von Dr. Bertolt Hallmeier, der liebevoll von uns Halli genannt wird. Wir freuen uns auf ihn bei unserem nächsten Podcast. Ja, ich glaube, er hat aus diesen 29 Jahren und fünf Olympiaden, glaube ich, einiges zu erzählen. Und da geht es nicht nur um medizinische Themen. Na, ich glaube, da waren auch einige WM und EMs dabei noch. Ja. Also, ich glaube, da ist viel zusammengekommen. Und jeder ehemalige Nationalspieler, der sich nicht im Podcast hören möchte nächste Woche, der sollte ihn mal ganz dringend anrufen und sagen und ihm irgendwas bieten. Sonst werden da die heißen Geschichten ausgepackt. Also, wer nächste Woche Internars vom DRB der letzten 30 Jahren hören möchte, einschalten. Da ist einiges Spannendes dabei. Und ich glaube, auch ich selber kann meine Karriere oder habe meine Karriere ihm zu verdanken. Für meine Schulter hat er einiges getan. Und ich glaube, da wird er auch nächste Woche berichten, wie ich da im Hause Hallmeyer drei Wochen verbracht habe. Ja, also als Mediziner, ich sage mal, ob jetzt als Arzt oder als Therapeut, bist du jetzt nicht nur aufgrund deiner fachlichen Qualität dabei, sondern aufgrund, ja, dass man gerade bei Großturnieren doch sehr viel zusammen ist, sind sie zum Teil dann auch, ja, ich möchte nicht sagen Seelendoktor, aber jemand, mit dem man dann sich schon über das eine oder andere über den Sport hinaus austauscht. Deswegen spielen die Ärzte und Physiotherapeuten in jeder Mannschaft eigentlich eine sehr wichtige Rolle, ob im therapeutischen Bereich oder darüber hinaus. Im seelischen. Im seelischen. Bist du mit Halli ab und zu mal durchs olympische Dorf marschiert? Ich habe mich nur auf meine Leistung konzentriert. Ich habe Halli immer durchs olympische Dorf in Athen laufen sehen. Ich weiß nicht, warum. Ob der da Pins gesammelt hat? Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das kann er selber beantworten. Das kann er selber beantworten, genau. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass er uns zugesagt hat. Wir freuen uns auf viele tolle Geschichten, über 30 Jahre deutscher Handball und deutsche Nationalmannschaft und freuen uns, wenn er bei uns ist. Zeit 10? Ach ja, wir haben ja noch einen Aufruf gestartet, wenn ihr unbedingt bei uns im Podcast hören möchtet. Da waren auch einige Damen dabei. Wir haben Emily Bölk angeschrieben, aber wir sind einfach zu alt für die, die hat nicht geantwortet. Hat noch nicht geantwortet. Vielleicht gibt es ja ein paar Fans, die sie wohlwollend darauf hinweisen oder ja, bitten können. Mensch, gib doch den beiden Senioren eine Chance. Komm, probier es doch mal. Probier es doch mal. Genau, ja, dann glaube ich, sind wir soweit durch mit unseren Themen. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast, den Halli und freuen uns auf spannende Geschichten. Ja, diesmal nur eine kurze Podcast-Folge. Dafür wird es nächstes Mal mit Halli umso länger. Genau, gute Geschichten. Vielleicht brauchen wir zweite, Alter. Vielleicht brauchen wir zweite, wer weiß. Alles klar, also dann möchten wir schließen. Danke euch und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Liebe Grüße. Bis dann. Ciao, ciao.